Wurchtbar. Oh Gott. Wenn sie alle tollen Montevado und jetzt die Lima versenkt haben, die alle rund um Jacinto liegen. Scheiße, sie graben Löcher um die Stadt, um Jacinto zu versenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier, KR 5, 4. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Zentrale KR 5 ist in der Lima-Grube runtergegangen. Wir sind auf dem Weg. Ende. Roger, Delta. Ilima wurde evakuiert, aber achtet für alle Fälle auf Gestrandete. Roger. Delta Ende. Sehen wir uns erstmal ein, dass... Stürzt doch ein Gebot da ein! Die haben hier unten Blood Mouths. Kommt ihnen nicht zu nahe! Blood Mouths! Pass auf, dass du keine Zivilisten schrägst! Achtung! Körnchen! Körnchen, Körnchen! 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 Mistverfluchte Mann! Körnchen! 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 Unter der Abfährung! Frag im Anflug! 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 Zepa! Ihr KR 5-4! Raven am Boden! Ich habe Charlie-9! Locust nähern sich unserer Position! Wir brauchen Unterstützung! Verstanden, 4-5! Delta ist auf dem Weg! Bewegt euch, Delta! Der Pilot bleibt nicht viel Zeit! Hey, Delta! Hier, Cole! Überall Locust hinterhalte! Bleib weg von dem Hubschaub! Cole! Hörst du mich? Cole! Wenn wir ihn hören, ist er in der Nähe! Ja, hoffentlich! Da ist das Rauch-Signal, Delta! Ab in diese Richtung und bereit halten! Nicht nur wir folgen diesem Weg! Vorsicht, Korpser! Deckung! Konzentriert euer Feuer auf den Sonnen! Und wir werden sie beinern? Ab in diese Richtung hasteרטen! Ce Under die Beine? Sie sind die Beine! Hier! Beine! Die Beine! Sie sind die Beine! Oh yeah! Der Raven ist auf der anderen Seite des Gebäudes! Weiter! Der 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 Verdammt, nicht rechtzeitig geschafft! Zentrale, Kr-54 und Charlie-9 sind gefallen. Delta, Ende. Zurück ins Gebäude. Hier draußen sind wir Zielscheiben. Hinten! Vorfacher Feinkontakt! In Deckung! Stürb, Prinz! Sunny! Sie kommen näher! Ich bin ein Zauberes, Delta! Zentrale! Hier Delta! Wir brauchen den Ring-Verserkung! Es sind zu viele! Mayday, 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 Mayday! Ihr Delta-Armee-Lieber-Caller! An alle Drops in der Nähe! Mayday! Ja! Markus, scheint so. Ich spiel das Spiel wie niemand sonst. Niemand! Cool! Haha! Der einzig wahre Baby! Habt ihr gesagt, du sollst von dem Hubschrauber wegbleiben? Hast wohl ziemlich in der Scheiße gesteckt, Mann! Allerdings. Danke für die Hilfe, Cole. Wo ist der Rest deines Trupps? Das ist mein Trupp. Außer Bert und Tanner, wir wurden nach dem Absprung getrennt. Ihre letzte Meldung kam von hier irgendwo. Hört sich nach einem neuen Ziel an. Zentrale, hier Delta. Vergesst das, Maidy. Cole ist bei uns. Bert und Sigma vermisst im Einsatz. Wir helfen bei der Suche. Bei uns? So hört sich das an, wenn ich deinen Arsch hätte? Verstanden, Delta. Zusätzliche Trupps zur Sicherung von Ilima sind unterwegs. Roger, Zentrale. Wir melden uns. Delta endet. Bei uns? Der war gut. Gut, dass ihr euren besten Mann zurück habt, Delta. Haha. Willkommen zurück, Coatrain. Pause. Segen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Ihre letzte Nachricht kam von da oben, aus Richtung Tunnel. Dann sehen wir mal nach. Dann sehen wir mal nach. Dann sehen wir mal nach. Die macht der Wurm. So ein Riesenbund gräbt die ganzen Tunnel hier. Dadurch versinken auch die Städte. Das ist ein Witz. Schön wär's. Das ist ziemlich abgefahren. Aber diese Welt ist eh verrückt geworden, stimmt's? Das ist ein Witz. Markus, was ist da drin? Ist das Bert? Nein, sein Absprungpartner. Ruhe Sanfttenner. Verdammt. Hey, willst du das, Cole? Cole, hol mich hier raus! Mann, hörst du mich? Ich hör dich, Bert! Dann hol mich verdammt nochmal hier raus! Endlich! Wieso habt ihr so lange gebraucht? Nichts zu danken. Seit wann nehmen die Lokus den Gefangene? Sie sperren die Leute in diese Dinger und bringen sie tief an die Höhle. Die wollten mich verarbeiten, Mann. Was immer das heißt. Ich zeig diesen Lokus-Wichsern meine Verarbeitung! Kommt, wir müssen uns das hier ansehen. Reiftet Ausschau nach Gefangenen! Ich dachte, die Lokus nehmen keine Gefangenen. Schätze jetzt ja. Das sind sie, die Vieghäne. Da bringen sie die Leute hin. Ich glaube, sie foltern sie da drin. Dann also hoch da. Wenn da noch jemand drin ist, holen wir sie. Dann holen wir sie raus. Los, kommt! Boomer! Du weißt nicht, der coole Schmack, Baby! Je größer sie sind, desto besser der Abschuss! Oh, scheiße! Oh! Okay, wir gehen hier lang. Was ist das? Alles klar. Reaver! All I can do is go. AARGH! UP! VOOST! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020